Berliner Straßen mit vielen Geschäften und Kneipen werden seit Anfang des Jahres häufiger gereinigt. Der Kampf gegen den Müll ist damit in der Hauptstadt aber noch nicht gewonnen. Zusätzlich seien Appelle und Kampagnen für ein besseres Umweltbewusstsein der Berliner nötig, schreibt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in einer Antwort auf eine SPD-Anfrage. Auch eine bessere Abstimmung zwischen den Bezirken und der Berliner Stadtreinigung wird gefordert. Zusätzliche Papierkörbe müssten aber nicht aufgestellt werden, meint die BSR, obwohl in anderen europäischen Großstädten deutlich mehr vorhanden sind.